So, Carlo Giraud, drei Punkte hier in Kiel, durch eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Wir sind super gut drauf. Ja, es wird ja mal Zeit. Gegen Nürnberg und Schalke haben wir super gespielt, aber keine Punkte geholt. Und jetzt haben wir mal nicht so schön gespielt, aber dafür die Punkte geholt. Und von mir aus kann das jedes Wochenende so sein. Wir müssen nicht immer in Schönheit sterben, weil letztendlich zählen einfach die Punkte. Und die haben wir heute nehmen wir mit nach Rostock und dann sind wir alle glücklich und stolz. Ich habe ja noch so ein bisschen im Ohr, dass du gesagt hast, weißt du was, also vier Wochen werde ich die Maske tragen, ich habe nur so schlechte Erfahrungen. Keine Maske heute mehr. Ich muss sagen, es ist ein lustiger Zufall, ich habe es im Bus vergessen. Aber ich habe auch im Training, im Abschlusstraining ohne Maske trainiert. Von daher habe ich mir gesagt, ja komm, also wenn jetzt was passiert, dann soll es passieren. Aber es war schon immer so, dass die Sicht ein bisschen eingeschränkt ist. Und da habe ich jetzt einfach keinen Bock mehr drauf gehabt, nur mal einen Bus zu latschen und so. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt ziehen wir jetzt durch. Heute hinten die Abwehr, Schwerstarbeit. Also Holstein Kiel hat doch die eine oder andere Chance hinten rausgespielt. Also da habt ihr alle Hände voll zu tun gehabt. Ich sage mal so, wir wollten kompakt stehen. Und wenn beide Reihen kompakt stehen von uns, dann muss erstmal jemand durchkommen. Klar, du kriegst immer eine Möglichkeit in der Liga. Aber letztendlich haben wir kein Tor zugelassen, worauf ich auch sehr stolz bin, auf die Abwehrleistung von jedem Einzelnen. Und letztendlich steht die Null und das macht uns noch mehr glücklich. 2 zu 0 haben wir hier in Kiel gewonnen und ich muss sagen, es fühlt sich verdammt geil an. Ja, auf jeden Fall. Es war überragend heute. Wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen, weißt du, vor dem Spiel. Aber am Ende, ich glaube, auch verdienen. Es sind halt nicht die Spiele gewesen wie die letzte Woche. Aber das haben wir auch gesagt. Am Ende zählt nur den Sieg und das haben wir heute über den Strich mitgenommen nach Hause. Wir hatten das Problem, viele Zuschauer vor uns sind aufgesprungen. Wir konnten die Tore gar nicht so richtig sehen. Wir haben nur gesehen, zweimal standen vor einer Anzeigentafel. Wie sind denn die Tore gefallen? Erzähl uns doch mal, wie hast du die gemacht? Mit welchen Körperteilen? Der erste war nach der Ecke. Da kommt der Ball genau in den Schrafraum und da muss er als Stürmer stehen. Da habe ich den reingemacht. Und das zweite Tor war ein Ball für Nico. Ich komme entgegen. Der Ball geht durch die Beine von dem Verteidiger und ich laufe alleine zum Torwart. Und schiebe mich links in eine lange Ecke und besser geht nicht. Aber schon wieder so ein Standard und schon wieder dieser verrückte Omladic. Also der hat irgendwie ein Füßchen und irgendwie findet er dich immer. Immer. Aber das trainieren wir auch jede Woche. Wir wissen alle, dass Omlad einen unfassbar guten Schuss hat. Vor allem nach Standards. Die sind sehr, sehr scharf. Wenn keiner die berührt, dann siehst du, wie heute kommt er genau auf den Brust von den Verteidigern. Da musst du als Stürmer da stehen und heute war ich da. Was uns heute ausgezeichnet hat, zwei Sachen. Vorne gnadenlos effektiv, würde ich sagen. Und hinten mit Glück und viel Geschick die Null gehalten. Ja, absolut. Ich glaube, wir haben drei Bälle aufs Tor geschossen. Zwei davon drin. Hinten haben wir uns brutal reingeworfen. Ja, Kopfballduelle angenommen. Standards verteidigt. Abgewährte Bälle aufgenommen oder abgewährt, nochmal rausgeschossen. Von daher können wir hoch zufrieden sein heute. Und wieder auch ein Megasupport unserer Fans. Ja, das ist, ich weiß nicht, ich sage das zwar jedes Mal, aber das ist schon Wahnsinn, was sie abreißen jedes Mal, was sie auch auf sich nehmen. Und klar, das ist eine ganz angenehme Fahrt hier. Ist nicht ganz so weit, aber trotzdem ist ja egal, ob du jetzt tausend Kilometer weit wegspielst oder 300 Kilometer nur. Es sind immer über tausend Leute da. Das ist Wahnsinn. Und ja, da muss man schon mal Respekt zollen. Danke. Angenehme Heimfahrt. Danke. Ciao.